Leute, wir suchen den neuen Ring fürs Team. Gehen auf die Suche und finden den Ring. Aber was soll denn der neue Ring können? Er soll in den Bagger verliebt sein. Er soll Pflaster verlegen können wie kein anderer. Er soll Pflanzen vergöttern. Aber vor allem soll er... Ja, was sollte er denn? Wäre doch nicht schlecht, wenn er Rasenmäher könnte. Ja, genau, Rasenmäher. Soll doch aber auch nicht so unsere Kunde sein, oder? Ja, das wäre auch nicht schlecht. Und wie sieht es jetzt aus mit Spaß bei der Arbeit? Spaß haben wir doch sowieso. Und was machen wir, wenn sich so einer bewirbt bei uns? Da nehmen wir mal in unser Team auf. Jawoll! Aber wo finden wir so jemanden? Auf Social Media natürlich. Also du hast gehört, bewerb dich bei uns und werde Teil unseres Teams. Stefan heed damit. Evan sieht in das Mister. kommen wir schön. InÖ Danke flavour! Rob,